Jo moine Leute, herzlich willkommen zu NFL National Football League für die Woche 6, für die Season 2020. War 2025 mit den Predictions. Los geht's jetzt hin, dass wo das alles läuft, brauche ich also nicht dazu erklären. Erstmal einer. 2 Week haben die Kansas City Chiefs, LA Rams, Miami Dolphins und die Minnesota Vikings. Und jetzt kommen wir zu den Predictions. Thursday Night Football, heute um 2 Uhr 15, Seattle Seahawks gegen San Francisco 49ers. Das Ganze geht 22 zu 28er für die San Francisco 49ers. Herzlichen Glückwunsch. Dann übermorgen, das zweite London Game. Die Asisten Chicago Bears gegen Jacksonville Jaguars. Das Ganze geht 28 zu 30. Auf geht die Jacksonville Jaguars. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 19 Uhr. Baltimore Ravens schlagen die Washington Commanders 35 zu 28. Tennessee Titans unterliegen die Indianapolis Schools 28 zu 42. New Orleans Saints gewinnen gegen Tampa Bay Buccaneers 41 zu 21. Die New England Patriots gegen Houston Texans. Das Ganze geht 16 zu 6 aus für die New England Patriots. Herzlichen Glückwunsch. Green Bay Packers schlagen die Arizona Cardinals 10 zu 3. Philadelphia Eagles unterliegen die Cleveland Browns 7 zu 60. Um 22 Euro 5. Denver Broncos gewinnen gegen L.A. Chargers 19 zu 17. Las Vegas Raiders unterliegen die Pittsburgh Steelers 3 zu 6 nach Overtime. Um 22 Euro 25. Carolina Pinders gewinnen gegen Atlanta Pelicans 13 zu 10. Ebenfalls nach Overtime. Dallas Cowboys unterliegen die Detroit Lions. 22 zu 24. Dann. Sunday Night Football. Montag um 22. New York Giants unterliegen die Cincinnati Bengals 23 zu 31. Und Monday Night Football. Und Monday Night Football. Dienstag um 22. New York Jets. Das Divisional Revival Team. New York Jets gegen Buffalo Bills. Das Ganze geht 19 zu 24. Sollen sich auch für die Buffalo Bills. Herzlichen Glückwunsch. So das war's von Woche 6. Der NFL National Football League. Für die Season 2020. Vor 2025. So wenn euch das Video gefallen hat. Lass den Dornchen nach unten. Vergiss kein Abon. Dann nehmen sie das Glöckchen. Das ist nicht vergessen. Es ist öfter gewesen. Dann verpasst dir keine Benachrichtigungen auf dem Channel. Bis dann. Good Kids. Äh bis dann. Ciao. Tschüss.